Papis kippt um, Cosimo rasiert Gigi und Lukas wird betatscht und damit good morning in the morning Dennis. Good morning in the morning, Krenke. Wie geht es dir? Natürlich hervorragend, weil der zweite Joker diese Woche passiert ist und wir nicht direkt nach der Folge aufnehmen, sondern erst am nächsten Morgen. Halb elf können wir jetzt mal kurz verraten. Eine sehr angenehme Zeit. In der Tat, in der Tat. Ich habe die gestrige Folge auch erst im Nahe hinein geguckt. Ja, haben wir doch schon angekündigt. Du bist heute der Grund. Ja, genau. Ich hätte ja gestern Nacht schon aufnehmen wollen, aber du warst ja nicht da. Aber du hast gestern Abend noch geguckt, ne? Ja, ich habe tatsächlich, ich habe um 0.30 Uhr mir dann die RTL Now Version gegeben. Ja, weil nämlich auf einmal unsere Notizen erweitert waren. Ne, ich habe tatsächlich mich entschieden für den Prozess, ich bleibe länger wach und schlafe heute aus. Das heißt, ich bin, habe jetzt erst ungefähr 40 Minuten auf der Uhr auf diesem Tag. Achso, ach ja, guck, dann ist er ganz entspannt. Dann ist er ganz entspannt. Ja, sehr schön. Tag acht? Ne, Tag sieben. Ja, Tag sieben im Dschungel. Ich bin schon ganz durcheinander, aber es liegt daran, dass ich hier das falsch hingeschrieben habe. Die letzte Folge tatsächlich, wo noch die Zuschauerinnen Leute in die Dschungelprüfung gewählt haben. Denn es geht so langsam in die Phase 2. Entsprechend sind so ein paar Sachen passiert. Scheinbar ist auch das Gefühl bei den Campern da, dass es jetzt in die nächste heiße Phase kommt. Und der eine oder andere hat schon die Aufmerksamkeitsbombe gezündet. Und der RTL hat die Regelbombe gezündet, um da mal ein bisschen Feuer ins Camp reinzubekommen. Endlich, um das zu sagen, endlich hat der RTL die Regeln durchgesetzt oder beziehungsweise die Regelverstöße bestraft und versucht damit die Regeln durchzusetzen. Haben auch ein sehr schönes GIF gepostet auf Twitter, der RTL. Und hat gesagt, also von freudigem Jubel und hat das irgendwie kommentiert mit der Caption Twitter, wenn die Regeln durchgesetzt werden oder so. 90 Regelverstöße in sieben Tagen. Und dafür als Bestrafung einen Luxusgegenstand abgeben. Ich bin da, also der RTL ist vogue geworden, das ist so schlimm. Ja, aber ich bin da ein bisschen bei Julina. Ja, das war schon, also, man hätte es auch stärker bestrafen können. Das stimmt. Aber auch da wieder, wenn man zwei Erfahrungsjuristen fragt, gibt es drei Meinungen. Damilia fand das alles fragwürdig. Ja, es ist juristisch alles nicht so in Ordnung gewesen. Aber sie hat es dann nicht ausgeführt, komischerweise. Ach, ein guter juristischer Aufsatz steht für sich. Da braucht es keine Begründung. Denn die These reicht. Die These reicht. Wie fandst du es denn? Fandst du es auch zu lasch? Ich fand es in der Tat deswegen zu lasch, weil die meisten, weil wir ja eine Verschiebung hatten. Ich glaube, das hatten wir ja schon in der quasi Folge 1 dieser Staffel oder 2, wo wir über die Luxusgegenstand gesprochen haben, dass die Leute mittlerweile zwei praktische Dinge im Großteil mitnehmen. Bis auf Papis und Markus mit seinem Fake-Handy. Was auch Cosimo. Selbst Cosimo hat es gemerkt. Ach, das ist ein Handy, wo es gar nicht funktioniert. Krass. Das heißt, sie haben immer noch alle praktischen Gegenstände. Und ich glaube, da hätte man einfach konsequenter sein müssen, ihnen alle praktischen Gegenstände wegzunehmen. Ja, also ich hätte es anders gemacht. Ich hätte schon mal erkennen lassen, so im Sinne von, dass also vor zwei, drei Tagen hätte der RTL eigentlich schon mal irgendeinen Teamchef verkünden lassen sollen, dass sie doch mal bitte sich nochmal die Regeln durchlesen sollen oder sowas. So einen leichten Hinweis, der aber nicht zu drastisch klingt. Und dann hätte ich den direkt alles weggenommen. Immer diese liberale Rechtsdurchsetzung. Der Rechtsstaat muss hart durchgreifen. Genau. Hier müssen wir hart durchgreifen, damit die Leute das lernen. Nein. Wir müssen überhart durchgreifen, weil wir unterhalten werden wollen. Das ist ja was ganz anderes als draußen in der Realität. Also so hätte ich es gemacht, krasser, dann vielleicht nicht so lange, dann vielleicht irgendwie nur so einen Tag oder so. Und dann hätte ich aber auch tatsächlich zunächst die Luxusgegenstände zurückgegeben und erst am zweiten Tag die Zigaretten. Also dann sind wir noch einen Tag später. Die Zigaretten wurden schon mal einkassiert, richtig? Ja. Die Zagstrafe, ja. Genau, das hatte auch Mark Terenzi, den sie ja eingeladen hatten als Honorable Judge Mark Terenzi, der dann das Urteil sprechen durfte. Der hat es auch gesagt, in seiner Staffel wurde alles weggenommen und das hätte man auch gut tun können. Mein Gedanke dahinter wäre gewesen, ich bin ja immer ein bisschen gemeiner als die Produktion, ist zuerst die Luxusgegenstände zurück, aber den Rauchern die Zigaretten vorenthalten, damit die nochmal anfangen sich zu beschweren und zu sagen, das ist ja gemein. Jetzt werden ja nur wir bestraft, um so nochmal versuchen, einen Keil irgendwie durchs Camp treiben zu können. Nee, ich glaube, das eskaliert jetzt. Also ich glaube, der RTL wird nochmal direkt noch die Zweiten einkassiert und spätestens vielleicht Montag sehen wir dann, wenn das noch weitergeht so und die sich nicht dran halten, dann werden die Zigaretten einkassiert und dann werden die Raucherinnen als Hilfsverriss verhaftet. Ist dir nochmal aufgefallen, dass es weitere Regelverschlüsse gab? Ich habe jetzt keine gesehen, so aus dem Augenwinkel. Äh, ich glaube, nicht direkt, ich glaube, die haben sich tatsächlich dran gehalten. Ich glaube, das hat leider gezündet. Ich weiß nicht, ob der RTL hätte mehr einkassieren müssen. Die Strafe muss dummerweise auch ungerecht wirken. Das ist das Schlimme, weil sonst ist es einfach so, ja okay, wir haben einen Fehler gemacht, wir sehen das ein, wir halten uns jetzt besser ein. Nein, dafür, dass die Strafe eigentlich keine war, muss man wirklich sagen, haben die sich ja auch dolle beschwert irgendwie. Aber genau, es ist halt so ein dolles Beschwerden für fünf Minuten, dann hat man schauen, dass er es akzeptiert und es einfach hat weitergemacht. Aber wenn man halt quasi alle Luxusgeschäden und Zigaretten einkassiert hätte, dann hätten die sich einfach stundenlang darüber beschwert und es werden Meutereien passiert und sowas halt. Aber deren Durchsitzungswille ist halt ja, hast du ja gesehen, mit dem Schweigestreik, der hat ja irgendwie zehn Minuten gehalten. Man kann, also es gibt ja auch noch Eskalationspotenzial, das jetzt vom RTL noch nie, noch nie sozusagen gezogen wurde. Man könnte ja auch die Regeln verschärfen oder so, ist natürlich immer ein bisschen komisch. Also muss man natürlich, ich kenne jetzt die Vertragswerke die einzigen nicht, deshalb weiß man nicht, was man denen versprochen hat oder so. Aber was man ja auch machen könnte, ist zum Beispiel die Liegen aus dem Camp entfernen, sodass alle auf dem Boden schlafen müssen. Genau, ich glaube, die Hängematten. Gab es das nicht schon mal irgendwie oder habe ich das bei den Briten gesehen? Also ich kann mich erinnern, dass die mal umgestellt werden mussten, weil das Camp überspült war und da mussten alle auf dem Boden, weil es so krass geregnet hat, alle auf dem Boden schlafen. Okay, vielleicht war es das. Aber irgendwo habe ich das schon mal gesehen, dass es auch als Regelbestrafung da war, dass die guten Betten wegkamen. Gut, wir hoffen also darauf, dass es weitere Regelverstöße gibt, damit es was zu ahnden gibt für den RTL und sprechen ansonsten weiter über, also quasi angelehnt, wir machen direkt eine wunderbare Überleitung. Erstmal zu Honorable Judge Mark Terency. Also es hat der Vorteil, dass er einfach da war tatsächlich, also für andere Gags hat man Leute einfliegen lassen. Ja, das stimmt. Aber der war tatsächlich da und ich glaube, die haben sich einfach ein paar hundert Euro in die Hand gebrückt und gesagt, hier komm, mach mal. Genau. Und der hat das, aber man muss doch auch sagen, er hat das ganz lustig mitgemacht. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich meine, da hat man auch schon irgendwie Thorsten Legert noch für Gags benutzt, die er halb so gut rüberbringen konnte, die einfach nur deshalb lustig waren, weil man Angst vor ihm hat. Ja, vielleicht noch unter Kontexteinrichtung, Mark Terency hat irgendwann mal in seiner Staffel halt gesagt, oder mehr oder weniger oft betont, dass die Regels die Regels seien und das ist jetzt ein Mem. Genau, er war glaube ich Teamchef damals und dann gab es auch so einen Brief und hier, Achtung, jetzt dürft ihr nicht gegen die Regeln verstoßen, jetzt gibt es Ärger und ich weiß nicht, ob die da schon die Konsequenz gezogen hat, weiß ich nicht mehr, aber dann hat er gesagt, die Regels sind die Regels. So ist es eben. Und seitdem ist es halt das Mem und da kam er halt und hat da geurteilt und dann wurde da irgendwie sitzen gelassen, weil eine Anmord angekündigt wurde, irgendwas mit dem Thema Hochzeit und dann Verena und dann kam dieser Beitrag, in dem Verena halt vor allem Papis ausquetschte in Sachen Modeberatung und so eine Hochzeitsberatung, was haben wir denn tragen und überhaupt und sie ist ja schon zweimal verlobt gewesen, daraus sei ja nichts gewesen und Paris überhaupt und bla und fuhr. Und Papis hat halt sofort die Flinte gerochen und hat gefragt, ja du planst hier was, du planst hier was, doch klar, das hört man doch, das hört man und die kann halt ihr Gesicht nicht kontrollieren und sagt, nein, um Gottes Willen, nein. Und deswegen war ich so kritisch gegenüber, dass Marc Kerenzi da war, weil ich dachte mir so, nee, der RTL macht doch jetzt da nicht mit, oder, bei der Nummer. Aber macht sie, also plant sie denn was, meinst du, sie will ihm einen Heiratsantrag noch im Camp machen? Ja, 100 pro. Ach, das wäre jetzt, also wenn sie das jetzt noch machen würde, wäre das ja richtig plump. Ja, aber es ist, sorry, es ist Verena Kerlt und Marc Terenzi. Also entweder, es gibt, kann ich mir nicht vorstellen. Zwei Theorien. Erstens, sie ist sehr, sehr plump und der RTL ist sehr dumm. Oder sie ist sehr plump und der RTL hat schon die Hochzeitsshow gekauft. Das wäre ja die zweite Hochzeit von Marc Terenzi, die auf RTL-Sendern läuft. Oh stimmt, ganz vergessen. Das ist eine Serie, Staffel zwei. Ja, also das fände ich jetzt tatsächlich ein bisschen sehr plump, wenn das noch passieren würde. Aber einmal heiraten musste. Ich fand das Ganze, ich fand generell das Ganze, das war ein bisschen sehr unangenehm. Ja. Also ich habe mich, das, also das fand ich auch nicht schön anzusehen. Ich fand das teilweise so, so unangenehm wie Stromberg. Ja, es ist wie die Fummelfotos von dem Balkon. Es ist halt so ein bisschen schön, also ich gönne euer Glück vom vollsten Herzen, macht was ihr wollt, aber macht es bitte nicht vor meinen Augen. Ja, und dieses, ah, einmal verheiratet muss man ja, dann will ich es auch nicht nur einen Tag, dann muss das über mehrere Tage, dann will die auch noch so eine Christian Lindner Hochzeit, will sie dann auch noch haben. Ah, ja, es ist ein wenig plump, ich glaube, dass die Leute das auch durchschauen werden. Ich glaube, sie kommen damit nicht weit. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass Verena... Weißt du, was passiert, weißt du, was passiert, beim ersten vielleicht, dann kommt der Heiratsauftrag. Ah, ja. Das wird eine Verzweiflungstat, es wird eine Verzweiflungstat und es wird genauso cringe, wie wir es erwarten. Ja. Und weißt du, was im Wurst, 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 Wurst passiert? Dennis, das will ich, ja, das will ich aber alles gar nicht, Dennis. Irgendwelche Live-Scheiten oder Dschungeltelefon oder, oder im noch schlimmer, Mark Terrensing macht es per Brief und macht den Heiratsantrag. Boah, ja, der Brief, den habe ich ganz vergessen, natürlich. Ach, du Scheiße. Oh Gott, wäre das dumm. Oh Gott, wäre das dumm, wenn er ihren Antrag per Brief... Ach, du Scheiße, oh Gott. Ich will das nicht. Lass es bitte schnell, das Thema wechseln, Dennis. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir hatten nämlich noch die langweiligste Dschungelprüfung aller Zeiten. Ja, also der langweiligste Kandidat durfte, hat es ein bisschen, zumindest hat er so ein bisschen Spaß gehabt, ein bisschen gefummeln durfte er am Ende. Ja. Die Dschungelprüfung handelt davon, dass er seine Hand reinstecken sollte in so Löcher und da waren jeweils zwei Rohre mit zwei Ventilen und diese Ventile musste er aufdrehen. Und währenddessen lag Claudia in so einer Eisenröhre, die sich langsam mit Wasser füllte und bei dem Aufdrehen der Ventile halt Sterne reinplumpsten und sie musste sie halt finden und in den Beutel packen. Ja. Die klassische Aushaltenprüfung. Und zwar in der Deluxe-langweilig-Version. Ja, aber halt nicht nur komplett aushalten, sonst haben wir das ja öfter mal mit Aushalten mit Quiz. Ja, ja, ja. Oder sowas aushalten mit so ein bisschen Action. Aber das Ding ist halt, Lukas ist halt so langweilig, dass er das einfach gemacht hat. Claudia hat auch nicht so viel geschrien und hat das irgendwie auch einigermaßen hinbekommen, weil so schwierig war es am Ende auch nicht. Es ist kaltes Wasser. Ja. Ja, und so ein paar Tierchen halt und eine Hand im Putzhandschuh. Da siehst du halt, manchmal geben sie sehr viel Geld für Requisiten aus. Das müssen sie jetzt in der nächsten Prüfung, muss das Budget wieder, äh, muss das ausgleichen. Und manchmal schicken sie einen Praktikanten los, um in der Putzkammer einen gelben Handschuh zu holen und irgendwo finden sie noch ein bisschen Schleim. Das war sehr schön. Aber immerhin, er hat jetzt so ein bisschen gefummeln können. Danach die große Überdramatisierung der schwierigen Aufgaben im KM und die Verkündung der neuen Punkte, das war auch wirklich sehr unangenehm. Ja. Also das war wirklich eine Folge mit Höhepunkten, die nur, also die sich im Prinzip daran überboten haben, wie unangenehm sie waren. Ja, das ist in der Tat, also es ist halt, da war nix, also es ist halt so ein bisschen, ich bin jetzt froh, ich glaube, wir sind alle froh, wir, der RTL und der RTL-Zuschauer, der Gemeinde, dass wir nicht mehr dieses komische Karussell spielen müssen, um alle durchzuprobieren. Und dass jetzt die Camper das übernehmen, wir jetzt anfangen können, rauszuwählen. Ja, also nochmal kurz, um zu sagen, was passiert ist. Claudia hat, erstmal haben die diesen alten Trick gemacht, oh, es war total schlecht, wir haben gar nichts hinbekommen. Und dann, nein, wir haben doch neun Sterne, yay. Und dann hat Claudia erzählt, wie schlimm alles war. Also sie lag da im Wasser und konnte kaum atmen und dann wurde sie auch noch rausgespült und so. Das war alles total schrecklich. Also, das war schon ein bisschen, da freue ich mich fast auf das große Wiedersehen, damit man das nochmal einspielen konnte. Das Beste ist ja, dass tatsächlich Cecilia dann dieselbe Nummer abgezogen hat, wie Claudia über sie, dass sie immer ständig reden würden. Das war tatsächlich ein bisschen lustig. Die wärmt irgendwie ein bisschen auf, ne, die kommt jetzt immer so ein bisschen raus und sie hat, ich glaube, am Anfang war sie noch nicht so sicher, was sie da, wie sie sich da geben soll. Ich hab fand, ich hab am Anfang, wenn was von ihr kam, war das nur Rumgebitsche, aber auch so Sinn- und Zusammenhangloses. Das wird, glaube ich, ein bisschen weniger und durch Gebitsche ersetzt, das irgendwie einen Hintergrund hat. Ja. Ist so mein Eindruck. Und wenn sie das so einsetzt, dann gerne, dann gönne ich ihr auch einen guten Fünfe Platz. Ah, ja, jetzt geht's ja eigentlich los. Die Leute werden ja rausgelegt. Ja, Moment mal, stopp mal, morgen der große Preis von Mowellabbar. Ich hab natürlich das Highlight vergessen. Also, ja, unsere geliebte Autoprüfung. Ja, wir müssen das mal erklären. Also, es ist die klassische Affe, die drei Affen mit Augen zu, Ohren zu und Mund zu. Ja. Die sitzen dann im Auto, es gibt einen Autoparcours. Vorne der Fahrer, der sieht, nee, der sieht nichts, richtig? Die fahrende Person. Jetzt könnte er erfahren. Genau, die mittlere Person darf sprechen, aber nicht nach vorne gucken, sie sitzt quasi mit dem Rücken in Richtung Fahrtrichtung und die letzte Person sieht quasi die Fahrtrichtung, darf aber nur Handzeichen geben. Genau. Es ist eine wunderbare Prüfung mit stiller Post, Slapstick, Action. Genau. Die mittlere Person hat auch einen Kopfhörer auf, die soll auch nichts hören. Genau. Es ist eine wunderbare Prüfung. Also, sie kann aber auch langweilig sein, ne? Also, wenn die Leute sich komplett in diese Strohballen verfahren, gar nicht mehr rauskommen, dann merkt man schon nach zwei Minuten, das wird heute nichts mehr. Das kann, aber ansonsten ist es eine sehr schöne Prüfung. Jetzt ist die Frage, Dennis, in die Prüfung gehen Claudia, Cosimo und Gigi, ist das für dich die richtige Wahl? Es ist schon nahezu die Top-Besetzung. Also, wir haben Cosimo, also wir haben Cosimo, der Sprachprobleme, das ist vielleicht das falsche Wort, aber Kommunikationsprobleme hat und ein bisschen aufgedreht ist. Wir haben Gigi, das komplett wahnsinnig ist und wir haben Claudia, die einen eigenen Kopf hat und sich nichts sagen lässt und deswegen eigentlich nicht genau zuhört, sondern ihr Ding durchziehen möchte. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Ich wüsste nicht, wen man hätte da noch reinschicken können. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wäre nicht vielleicht, weil Claudia ja die letzte Prüfung, muss man ja sagen, auch sehr anstandslos, einfach konzentriert durchgezogen hat, wäre es, und die hat ja bisher auch underperformed, also sie ist ja nicht so geil explodiert, wie wir uns das erhofft hatten. Das muss man ja auch sagen, das kommt ja nur manchmal so ein bisschen klobiges, rumgebolze, rumgezicke, kommt ja so aus ihr raus und so rumgebitsche irgendwie. Aber es ist ja nie so richtig vernichtend. Ja. Und nie so richtig krass laut und übertrieben, so eine Explosion. Weißt du, wo du das jetzt sehen wirst? Und zwar, Claudia wird fahren. Und sie wird versuchen ja, das ordentlich durchzuziehen, aber sie scheitert daran, dass Cosimo Ansagen machen muss und Gigi die Richtung angeben muss als Letzter. Gigi wird mit seinen Händen wackeln, Cosimo wird es nicht schaffen, das irgendwie verbal zu transportieren und Claudia regt sich auf, weil die einfach widersprüchliche Ansagen machen die ganze Zeit. Aber ich glaube, so richtig schlimm wird es nicht. Ich glaube, da wäre Tessa irgendwie besser. Die ist halt, wie sagt man denn, die ist so kurzfristig erregter und regt sich dann schnell wieder ab. Da sind die Ausschläge recht hoch. Aber Claudia, habe ich das Gefühl, da braucht man recht viel, muss recht viel Energie aufwenden, um diesen, wie heißt das noch, in der Chemie gibt es doch um eine Reaktion. Die Reaktionsfähigkeit, ja. Ja, aber da gibt es so einen Punkt, wie heißt der denn noch, den muss man erreichen. Da muss man drüber, die, na die Dingsenergie braucht man, die, ähm, die, nicht Startenergie, sondern. Ich hatte kein, ich hatte kein Chemie-LK, ich war Realschüler, sorry. Das hat man, Dennis, das hat man nicht im Leistungskurs, das lernt man in der neunten Klasse. Das Beste ist, der Gag ist ja, ich habe ja in meiner mündlichen Prüfung Chemie gemacht, als Realschulabschluss. Ach, wirklich? Ja, dann musst du das doch kennen, Mann. Ich hatte diese Nation von Öl. Ich komme aus einer guten, alten, traditionreichen Familie. Ich habe Öl destilliert, äh, Erdöl destilliert in meiner Prüfung. Ich habe von BP so einen Liter Rohöl per UPS Gefahrentransport geschenkt bekommen. Super. Echt? Ja. Wie hast du da hingeschrieben und gesagt, ich hätte gerne Öl? Genau, ich habe geschrieben, ich mache hier meine Abschlussprüfung, das ist das Thema Erdöl, Distillation. Und ich würde dann eine Versuchsaufbau machen und frage um eine kleine Probe. Und in klein meinte ich so, vielleicht so, 100 Milliliter im Top, nö, UPS Gefahrentransport, meine Mutter muss unterschreiben, weil ich noch minderjährig war. Ein Liter feinstes Waschenblend, Erdöl. An der Stelle immer noch, vielen Dank an Deutsche BP. Ihr seid immer noch in meinem Herzen. Ich küsse eure Augen. Oh mein Gott. Gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir mehr Chemie gemacht, als wir wollten, schieben wir das mal nach hinten. Es gibt noch eine Frage, die sich uns stellt. Aber zu Claudia, anschließend. Das Ding ist, bei der Reaktionszeit, ja, Tessa ist impulsreich, aber das fährt ja so schnell ab. Bei Claudia brennt das lange nach. Die wird in der Prüfung selber ruhig bleiben, aber die wird dann einfach drei Tage lang sich über Gigi und Cosimo aufregen. Meinst du? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von ihr, weil sie nicht so richtig performt. Ja, und die hängt mit Verena zusammen, ich weiß. Das ist die Enttäuschung. Umso mehr hat mich, wie gesagt, Damilia und Jolina sehr überzeugt und positiv überrascht. Also, was heißt positiv überrascht? Aber sie haben, ich wusste von ihnen so wenig, umso mehr bin ich von ihnen positiv überrascht. Entsprechend kommen wir jetzt. Ja, aber sind, ja, okay, sind aber zu langweilig in meinen Augen, aber wir kommen zu der Frage, es heißt übrigens Aktivierungsenergie. Ah. Aktivierungsenergie, die man braucht, um eine Reaktion zu starten. In Gang zu setzen, genau. Wer geht zuerst? Denn jetzt wird rausgewählt. Es ist soweit. Ja. Denn wenn du so lange brauchst, ich finde die Frage so einfach wie seit Staffeln nicht mehr. Markus. Wer soll denn anders rausgehen als Markus? Ja, ich habe überlegt, ob es tatsächlich Jana treffen könnte, dass keiner für Jana anruft. Aber ich glaube, du hast recht, es wird Markus sein. Weil der ist kaum vollkommen, hat sich an allem so ein bisschen rausgehalten. Das Maximum, was von ihm kam, war cringy, boomer, sex talk. Und ich glaube, das finden alle awkward. Also, der ist einfach nichts. Der redet ja auch nicht. Der ist einfach nicht da. Der campt halt gerade und das kann er auch gerne zu Hause. Aber das hat er ja auch gesagt. Ja. Mit Erfahrung mit Camping für ihn wird das kein Problem. Und das hat er auch. Ja. Er kriegt ja hin, irgendwie. Ja, es ist Markus. Markus geht. Ja, Markus geht. Markus geht. Wo siehst du dann aktuell? Ist auch überhaupt nicht schade. Es ist so, als würde erst übermorgen das rauswählen. Die spannende Frage ist, wie siehst du jetzt quasi in Richtung Top 3? Also, Twitter und ja deine Herzenskandidatin sowieso. Ist ja komplett überzeugt von Jamila. Die halte ich aber für viel zu langweilig, als dass ich es schaffen kann. Im Moment sehe ich Julina sehr weit vorne. Die muss aber noch ein bisschen was tun. Die kann sich jetzt irgendwie nicht auf dem ausruhen, was sie gemacht hat. Und ansonsten wird es schon wackelig. Kann ich echt nicht durch. Also, wahrscheinlich Cosimo, wenn der jetzt noch ein paar geniale Momente hat, in Anführungsstrichen, dann kann er es auch weit schaffen. Also, der muss irgendwie sich da gut durchtrotteln. Ja. Er muss auch vor allem durch die Prüfung sich gut durchtrotteln. Er darf nicht zu viel verkacken, aber muss dabei trotzdem sehr unbeholfen sein. Ja. Ich sehe ihn auf jeden Fall vor mir schon vom geistigen Auge in der Action-Prüfung. Ja. Weißt du, den mit der Wasserrutsche und den Bellen, wo er sehr oft hinfallen wird, aber es trotzdem am Ende irgendwie schafft, auf seinem Platz sitzen zu bleiben. Das hätte ich ganz gerne. Ja, mehr kann ich im Moment nicht sagen. Es ist schwierig. Also, bei mir ist es immer noch so, dreht sich gerade, Jamila wird eher Platz 4 tatsächlich. In der Top 3 ist bei mir gerade Papis, Julina und Cosimo. Und wenn Julina die Fressprüfung im Finale bekommt, wird sie die Dschungelkönigin. Ja. Ja. Das kann sehr gut sein. Und natürlich auch die Frau Frist. Das ist die Bedingung dazu. Ja, ja, nee, klar. Da muss man performen. Richtig. Immer gesagt. Das hat ja sogar Melanie Müller geschafft. Richtig. Leider. So. Dann hören wir uns ja morgen wieder. Ist doch gut, dass du das alles mit so einem sächsischen Sö dann ausgehörst. Genau, wir hören uns morgen wieder, Dennis. Sehr schön. Und wenn ihr noch was zu tun habt, also nichts zu tun habt, dann könnt ihr uns gerne auf Twitter folgen. At Dschungelpod heißen wir da. Und ab heute dann auch wieder mit Inhalt. Genau, Dennis war ja gestern nicht da, deshalb gab es nicht. Und ich war zu müde zu twittern und gleichzeitig Notizen zu machen. Das ist mir alles nix. Dazu bin ich zu alt, Leute. Ist einfach so. Wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen dazu auf dschungelpodcast.de slash unterstützen. Weitererzählen, dass es uns gibt und ein paar Sterne dalassen bei Apple Podcast oder Spotify. Wäre auch super. Wir hören uns morgen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020